Du müsstest eigentlich eine Therapie machen. Guck mal, unter diesem Video, da sind auch PDFs verlinkt, nach Kilogramm sortiert. Da kannst du mal so als Fallbeispiel mal sehen, was man machen würde, um schnell einen guten Wert zu bekommen. Kann ich dir empfehlen, das ist von mir ausgerechnet, mit dem Rechner von dem Dr. von Helden. Und ich hatte vorhin ja nochmal den Online-Rechner hier, den kann ich auch nochmal posten. Und da einfach mal vielleicht ein paar Euro bezahlen, Zugriff bekommen und dann halt das wirklich sehr, sehr gut machen.